Hallo und Willkommen zum heutigen WarVision! So... Wir haben hier im letzten Part diese nette Axt hier gebaut. Die werden wir jetzt gleich mal ausführen. Okay, für die Bäume reicht es natürlich nicht. Das waren wir schon fast klar. Das ist eine richtig geile Axt, aber für so große Bäume... ...nicht unbedingt geeignet. Also wir fällen sie so. Ja, jetzt werden wir natürlich da oben wieder stehen. Aber eine coole Axt, damit kann man gut... ...holzfarmen gehen, muss ich sagen. Geht echt ruckzuck. Kann man nicht meckern. Und Akazien sind auch schlecht zu farmen. Weil die so scheiße versetzt sind. Okay, also für Akazien ist definitiv nix. Boah. So... Ich hoffe, dass ich jetzt alles von dem Baum hab. Ja, hab ich. Also soweit wie möglich oben ansetzen. Nein, ist wieder was rum drin geblieben. Aber so kann man richtig chillig... Richtig chillig... Richtig chillig farmen gehen. Jetzt war ich gerade etwas erschrocken über das Pferd. So... So... Okay, wieder alles anpflanzen. Sonst gibt's mega... So... So... Und dann haben wir eigentlich doch relativ kurze Zeit... Fast nen Stack gefarmt. So... Mensch... Jetzt aber. So... Ja, damit kann man echt gut farmen, muss ich sagen. Das muss ich meinen anderen Leuten auf jeden Fall auch noch geben. Weil es ist auf jeden Fall Zeitersparnis ohne Ende. So... Ich nehme mir jetzt ein bisschen davon rum. Okay. Gut, da haben wir jetzt auf jeden Fall gleich mal wieder ein bisschen Holz, was wir jetzt verbrennen können. Für Holzkohle. Damit die nicht die ganze Zeit die normale Kohle hier verbrennen. Ist nämlich schlecht, weil ich glaub, die bauen wir nämlich später noch. So... So... Jetzt ist mir dabei auch voll. Blödes halt nur, dass er nicht dauerhaft abgibt. Aber das ist auch nicht das Problem, denn wir bauen jetzt dann sowieso später... Condensexplosive. Naja... Open Blocks oder blö. Blö. Brommelig. Material Iron. Ach so, alles Iron. Alles Eisen aufgebaut. Sehr schön. So... Das... Wieder aufräumen hier. Die ganzen Pattern aufräumen, sonst scheiß. Die war als gleich was brennen. Ich muss auf jeden Fall Auf jeden Fall mal schauen Also ich muss eventuell noch so einen 1K-Storage-Bau Ja So Gold, Silicon Sertus-Quartz, einfach nochmal brennen Sertus-Quartz Haben wir denn Sertus-Quartz überhaupt noch ein bisschen was? Ich sammle erstmal alles Sertus-Quartz, dann muss man haben Sertus-Quartz das, Sertus-Quartz Ah, warte mal hier Mal ein bisschen sortieren Sertus-Quartz haben wir genug Okay, also Sertus-Quartz ist genug da Das ist nicht das Problem Sertus-Quartz haben wir genug Also da brauche ich den Sertus-Quartz-Dust brennen Sertus-Quartz-Dust nochmal brennen Ähm, nehmen wir mal die Hälfte So Da brauchen wir jetzt das Quartz-Quartz-Cutting-Knife Müssten wir ja rein theoretisch irgendwo haben Weil wir haben ja schon eine Zelle gemacht Wenn's derjenige nicht noch im Inventar hat Hm, das ist nix Ich weiß noch nicht, wer's gemacht hat Aber ich geh mal stark davon aus, dass derjenige es noch im Inventar hat Weil hier ist nämlich nix Vielleicht noch was im Lager Was ich aber schon fast nicht glaube Vielleicht noch was zu essen, aber ja Brote Das sind mal 10 Sekunden warten los Das geht mir etwas auf den Keks, muss ich sagen So ein bisschen So, ähm Cutting-Knife, da ist es doch Hu, ha, ha, ha So, da brauchen wir eigentlich nur noch Silicon Das brauchen wir von oben Silicon So So Brauchen wir unbedingt hier unten noch eine feste Versorgung dann vom Vom Strom Ich kann auch mal noch ein Schild dran machen, dass sie das dann immer wieder ausmachen nach der Benutzung Dass derjenige, der es braucht, dann auch genug Strom hat, um sein Zeug rauszuholen So Okay, da haben wir den Prozessor Dann haben wir, brauchen wir jetzt hier ganz viel Redstone Und das Quarz, das haben wir Dann haben wir die Storage Cell Und dann brauchen wir eigentlich bloß noch Glas Eisen Eisen habe ich Ja, nur Glas habe ich jetzt schon wieder nicht mehr Das sind teilweise richtig komische Pferde Könntest du manchmal denken, das ist irgendetwas anderes Nur beeilen Dass ich jetzt hier nicht alleine Auf solche blöden Viecher hier treffe Weil die Monster hier, die sind teilweise wirklich böse Habt ihr ja wahrscheinlich so in den Stadtfolgen gesehen Auch so bei den anderen Also die anderen haben ja richtig Probleme gehabt am Anfang Deswegen immer wieder ins Bett So lange wir hier noch keine Abwehrmechanismen haben Immer wieder ins Bett So Okay, das hätten wir Sand Aber 8 ist genau immer eine Ding Passt ja so Also die Storage Cell müsste jetzt komplett fertig werden Okay, 5 Schluckringe Sehr schön Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall wieder Redstone und Eisen brauchen wir noch Redstone und Eisen Das machen wir dann am besten unten direkt übers Lage Macht mal noch ein bisschen auf Glas Weil dann können wir nämlich unten alles einlagern Dann können wir nämlich die ganze Kisten alles runterräumen Alles unten ins Lager reinschmeißen Dann passt die Sache nämlich Das ist nämlich dann auf jeden Fall einiges effektiver Effektiver als wir jetzt dauerhaft In irgendwelchen Kisten rumkramen müssen So, 5 Stück reicht Da reicht 10 Glas Ich muss hier unbedingt noch mehr Platz reinschaffen Das ist Also die Schmelze werden wir auf jeden Fall umbauen Definitiv Und der Generator nervt Komm, geh auf Also hier werden wir uns dann auf jeden Fall Im Stream drum kümmern Allerdings müsste die Folge jetzt sogar schon Effektiv nach dem Stream sein rein rechnerisch Rechnerisch 5 5 So, ok Jetzt haben wir hier Platz Jetzt haben wir Platz Jetzt haben wir Platz Für all unsere Schandtaten Zudem War das jetzt gerade mein Inventar Hallo? Ok Achso, das war mein Inventar Ich hab jetzt gesagt, er hat eine eigene Chest oder sowas So Da unten brauchen wir auf jeden Fall jetzt langsam mal ein bisschen Kacko So So Und so Gut, dann können wir eigentlich hier schon mal die ganze Kiste runter tragen, was wir tragen können Dann können wir schon mal wieder ins Lager nehmen, wenn wir eh einmal runterlaufen Wenn wir eh einmal runterlaufen Lass mich bei denen noch Kohle reinschmeißen Ich muss auf jeden Fall mal schauen, dass ich irgendwie einen eine Energy Cell oder sowas baue So, mal vier Stück rein Da oben vier Stück rein Dass die erstmal voll werden Achso, du Du bekommst dann quasi nur so ein Instant Ah, ok Da kann man schönes Zeug machen, muss ich sagen in dem Teil Hm Muss man schon sagen So Ok Jetzt wäre es gewesen, wenn das Lager jetzt aus gewesen wäre Nein Die will ich wieder haben So Ähm Und zwar Energy Cell Hardnet Energy Cell Der Lager Der Lager 200 Millionen Äh 200 Millionen Zwei Millionen Zwei Millionen Zwei Millionen Und die 400.000 Da war ich bloß Elite Energy Cell und Invar Ingots Und Invar kriegen wir aus Iron Iron und Ferris Ok, das ist ja kein Problem Das heißt wir müssten uns jetzt eigentlich bloß Block of Redstone Lead So So Brauche ich bloß noch einen Block of Redstone Ich muss noch schnell oben craften Und ne hier ist einer Block of Redstone Zack, zack, zack Weil da hat man nämlich sogar schon mal die erste Speichereinheit Das wäre natürlich noch richtig geil So ist die Leapstone Energy Cell Frame Ähm Den 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 Herrn hier Was ist das gerade mit Invar Ach Elektrum Elektrum kriegen wir Nicht schmelzen Nicht schmelzen Nicht schmelzen Nicht schmelzen Silber und Gold Silber Und Gold Geben wir natürlich bloß zwei raus Dann werde ich auch sehr weit kommen muss ich sagen Nämlich eigentlich gar nicht Einmal Silber Einmal das Dann packen wir jetzt zusammen Dann brennen wir den ganzen Schmarrn Dann haben wir zumindest schon mal die kleine Zelle Das ist schon mal in Ordnung Ah, ich bin Auch doof Ich musste langsam mal schauen Dass wir dann mal ein Ding zusammenkriegen Immer ne Redstone Furnace Ehm 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 Stimmt schon Stimmt schon So los Gut Bevor mein Lager unten leer gesaugt ist Und ich nichts mehr craften kann Ja Obwohl Hält schon ein bisschen was aus So Okay Dann schmeißel ich auch da rein Bis wir hier rein theoretisch alles Da haben Okay So und jetzt brauchen wir Für den brauchen wir einfach nur nochmal Inva Inva war jetzt Was war das jetzt? Gold Eisen 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 Ferris Iron Ich hab doch oben noch Iron reingehauen Und Ferris haben wir denke ich auch noch Also zweimal Eisen Einmal Ferris Aluminium So hier ist nichts Gut Wir brauchen jetzt noch Ferris Ferris Sehr schön So Jetzt können wir gleich mal wieder Zamt prügeln Zack 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 Rinder mit dir Auch so richtig geil was auf der Karte schon verändert ist ne Das ist schon Schon krass Muss man schon sagen Muss man schon sagen So Zack 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 Okay du bist fertig Durch mit dir Mal brennen muss ich dich auch noch Oh shiny Mittel Ist natürlich auch gut Zack Und Zack 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 Okay da haben wir schonmal 12 Inva Die Brutzelmeister schnell zusammen Dann haben wir nämlich noch die nächste größere Speichereinheit Ähm Hälfte da rein Und die Hälfte da rein Wird schon wieder dunkel War schön wie sie hier schon Wege gebaut haben und so Nicht übel Also scheinen alle relativ fleißig zu sein Wie es beim anderen Team ausschaut weiß ich nicht Ich habe zwar so ab und zu mal in eine Folge reingeschaut aber das ist am meisten immer nur gestorben So Zack 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 Hartnett So wie war jetzt dann die nächste Energy Also die nächste ist dann eigentlich einfach nur die Die gefüllt werden muss ne Ja Boah die Resonant ist natürlich auch geil Aber die ist unerschwinglich momentan für uns also Da ist noch kein Weg drinnen Ähm Frage ist Ja Würd ich schon sagen Jetzt müssen wir die da hinpacken Und dann wenn drüben Strom gebraucht wird Machen wir jetzt das lassen wir mal so Du gibst ja auch ab Ne Oder saugst du nur auf Und ich glaube nicht Dann nimmst du da an Aber unten musst du abgeben Das war glaube ich unten ne oder Ich denke So jetzt müsste er rein theoretisch annehmen und abgeben Eigentlich Wenn wir gleich sehen wenn der hier leer gesaugt ist Gut Wir müssen eben was in den Ofen reinpacken müsste er rein theoretisch Was können wir in den Ofen reinpacken Äh Ich zum Beispiel Das ist ja Pulverizer Ähm Osmium Können wir Osmium Pulverizer Können wir Okay er bleibt voll und müsste hier leer werden ne Ja okay Also ideal Also man kann jetzt mit dem hier auffüllen und der speichert das inzwischen Genau so hab ich mir das gedacht Ideal Gut Und dann würde ich sagen Hauen wir hier noch ein bisschen was rein für die anderen Dass die dann auch noch ein bisschen Strom haben Und dann würde ich mal sagen Dankeschön fürs zuschauen Und wir sehen uns wieder im nächsten Part Bis dahin Ciao